Diese Männer hatten alle dasselbe todsichere Investment. Die Bank gewinnt immer. Bei derselben Bank. Ey, wenn ich diesen Anlageberater noch einmal sehe, dann... Ich wollte immer nur das Beste von meinem Kunden sagen, auf Wiedersehen zu deinen Eiern. Scheiße, Mann, ey, du hast den umgebracht. Was? Ich hab ihn nicht angefasst. Sein Stuhl ist mit ihm rausgesprungen. Ich war das nicht. Der Bankdirektor hat meine Konten sabotiert. In der Bank verliegen jeden Tag ein paar Millionen Cash. Wow, ey, was ist das denn? Sie leitet die Spezialeinheit für Banküberfälle. Hier ist der Plan. Wir stürmen da rein und hauen jedem die Scheiße aus dem Leib. Das ist brillant. Das ist echt brillant. Gegen dich sieht sogar Einstein aus wie ein Sonderschwülein. Nur ein blöder Spruch an Einstein. Du knüpft dir deine Goldlöckchen an deinem Arschloch. Halt dir beim Sprechen mal lieber dein Gebiss fest. Im Gegensatz zu euch habe ich noch mein ganzes Leben vor mir. Das kann aber ganz schnell zu Ende sein. Ein paar Tage Geduld und Jay-Pod. Ist gut, oder? Ja, ist gut. Exakt um 11 Uhr, wenn Kurt mal in der Toilette geht, veranstaltet Chris ein kleines Tumult. Halt den Banken! Ich bin inzwischen hier und warte, dass ich von unserem kleinen Scheißer die Zahlenkombination hole. Den Kurt. Ich warte auf das Zeichen von Max und schwupps, neben dem Fluchtwagen. Und jetzt geht alles ganz schnell. 45377, was? Fuck! Und wir verlassen die Bank durch diesen Ausgang. Ich auf euch warte. Was müssen wir? Um mit euch zu verschillen. Oh, das scheiße Ding ist aus dem Bank. Los, die Maschine! Wir hätten was vorher üben sollen. Sie sehen bezaubernd aus. Danke. Vier gegen die Bank. Ein Wolfgang Petersen-Film. Erbrennt! Okay, Jungs. Wer hat die Taschen?